hey heute wollte ich eigentlich einfach nur mal danke sagen danke für den support in letzter zeit für diese unglaublich krasse resonanz die einfach in den letzten tagen stattfindet ich habe einfach in den letzten tagen so viele aufrufe gemacht wie noch nie zuvor ich habe so viele videos gemacht wie noch nie zuvor und ich habe so viel positives feedback bekommen wie noch nie zuvor insgesamt hatte ich in den letzten tagen fast 200 bis 300 aufrufe gemacht was einfach was ich normalerweise eigentlich in zwei drei wochen schaffe und da kann ich halt wirklich einfach nur danke sagen ich mache mittlerweile täglich ein bis drei abos also es gab tage da habe ich ein abo gemacht da gab es wie gestern und vorgestern habe ich einfach vier abos gemacht pro tag das ist also ich rede jetzt von meinen verhältnissen ist das einfach unglaublich stark und sowas motiviert mich einfach unheimlich wie man auch merkt es kommt das gefühl gerade heute stündlich videos online aber so ist es einfach krass motiviert auch die ganzen positiven kommentare die ich gelesen habe das ist einfach heftig also wirklich richtig fettes dank an jeden an jeden einzelnen da draußen oder auch an dich flame bb ich versuche auch die ganze zeit stets mein schnittstil zu verbessern und mich halt immer weiter zu entwickeln was youtube angeht nur noch sieht ich versuche mir solche immer richtig viel mühe richtig viel arbeit in diese videos reinzustecken zwar nicht bei allen es gibt auch videos die lasse ich bewusst an kato einfach besser ist aber es gibt auch videos da steckt da stecke ich mehrere stunden arbeit rein teilweise für ein paar minuten aber es hat sich natürlich auch aus ich sehe diese diese person die wirklich diese arbeit anerkennen und es auszuschätzen wissen das perfekte beispiel dafür ist das video was ich vor zwei tagen hochgeladen habe ich habe ungefähr zwei drei stunden daran geschnitten und es hat sich sofort ausgezahlt innerhalb nicht mal einer stunde hat das über 30 ausruf ausruf aufrufe es hatte vier likes in sind bekommen und ich habe dadurch glaube ich bloß vier abonnenten gemacht durch ein video und so läuft es einfach die ganze zeit gerade mein kanal es könnte auch sein dass das einfach nur gerade so eine phase ist aber auch wenn es eine phase totales dank auf jeden fall ich hatte vor einer woche oder so noch einfach 74 abonnenten jetzt habe ich schon 84 ich habe mir natürlich auch schon was für 100 abonnenten special überlegt was ich nehme an bald der fall sein wird dass das passiert wir kommen der zahl ja schon gefährlich nur ich bin einfach geflasht gerade davon mit diesem video sage ich einmal ausdrücklich dankeschön an jeden einzelnen allerdings bevor das video endet will ich jetzt noch eine wichtige durchsage machen durchsage sagt man das überhaupt so jedenfalls fordere ich dich auf du pausierst jetzt das video nachdem ich fertig erzählt habe schreibst mir mal bitte jetzt in die kommentare was ich denn mal machen soll für ein video was wünscht ihr euch für videos denn ich merke wie mir also mir gehen auf jeden fall langsam die ideen aus und ich würde gerne auch auf die ich sage jetzt in anführungsstrichen community eingehen wenn da was wenn das kommen würde ich hoffe dass es noch lange so weitergehen würde ich hoffe dass ich noch lange videos machen kann denn ich weiß es gibt da leute wirklich draußen die feiern meine videos und kämpfen einfach auf jedes video und das ist einfach krass zu wissen wir sehen uns dann beim nächsten video wieder was vielleicht sogar noch heute kommt wird bis dann und ciao